Geschichten brauchen Menschen, um sie zu leben und um sie zu erzählen. Der German Paralympic Media Award schafft uns die Möglichkeit einem großen Publikum zu zeigen, wie Menschen mit Behinderung im Sport Kraft tanken, in allen Facetten. Wie sie Erfolge feiern, aber auch wie sie mit Niederlagen umgehen. Für Menschen mit Behinderung ist Sport, ob das jetzt alleine, zu zweit, im Verein, ja nicht nur eine Frage der körperlichen Betätigung, sondern ist ja in ganz vielerlei Hinsicht enorm wichtig. Das betrifft den Leistungssport, das betrifft den Reha-Sport, den Breitensport. Die DGUV bietet diesen Menschen und ihren Geschichten eine Bühne. Für uns alle, die im Journalismus arbeiten, auch Fotografen, die Radiokolleginnen, die Influencer oder die Social Media Verantwortlichen, ist das eine einmalige Chance. Ob TV-Bericht oder Social-Media-Clip, Rundfunkbeitrag oder Podcast, Zeitungsartikel oder Blogbeitrag, Profi-Foto oder Selfie-Bild, Website oder YouTube-Kanal. Wir ehren die Medienschaffenden für ihre herausragenden Beiträge aus dem Profi-, Breiten- und Reha-Sport von Menschen mit Behinderung. Ich war dabei bei Deutschlands größtem Medienpreis im Behindertensport. Worauf wartest du? Reiche deine Produktion gerne jetzt ein? Dann sehen wir uns beim German Paralympic Media Award. Ihr habt die Geschichten. Wir haben die Bühne. Der German Paralympic Media Award. Mehr Infos unter dguv.de www.gpma.de 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 www.gpma.de